Dateiverwaltung in Windows 7. Das Springen zwischen Dateien, das Suchen und Abspeichern von Daten gehören zu den häufigsten Handgriffen bei der Arbeit am Computer. Deshalb darf das Suchen und Verwalten von Daten nicht zu viel Zeit kosten. Bitte planen Sie für dieses Lernmodul ein Zeitfenster von ca. 10 Minuten. In diesem Modul erfahren Sie mehr über nützliche Sprunglisten im Startmenü von Windows 7, weiter etwas über virtuelle Bibliotheken zum Sammeln von Dateitypen und über die verbesserte Suche nach Dateien und Informationen aus dem Internet. Verwaltung der Dateien. Sie ärgern sich immer wieder über den enormen Zeitaufwand, der beim Suchen und Verknüpfen von Dateien und Dokumenten anfällt. Dieses Problem kennt auch die Online-Redakteurin Daniela K. Wie also optimiere ich die Dateiverwaltung? Nutzen Sie dazu folgende Optionen. Für den Schnellzugriff speichert Windows 7 für jede Anwendung die 10 zuletzt verwendeten Dateien in sogenannten Sprunglisten. Virtuelle Bibliotheken fassen Dateitypen wie Bilder oder Textdokumente in einem Ordner zusammen, unabhängig vom Speicherort auf dem Computer. Und von einer zentralen Stelle im neuen Explorer lassen sich via Federated Search sowohl lokale Dateien als auch Inhalte aus dem Internet suchen. So einfach lassen sich Daten praktisch sortieren. Die neuartigen Such- und Verwaltungsfunktionen von Windows 7 vereinfachen die Dateiverwaltung. Sprunglisten, Bibliotheken und Internet-Suchfunktionen bieten optimale Übersicht und schnellen Zugriff. Fassen wir zusammen. Auf kürzlich verwendete Dateien können Sie direkt aus dem Startmenü zugreifen. In virtuellen Bibliotheken werden Dateien gleichen Typs gemeinsam angeordnet. Und die neue Such-Funktion integriert auch die Suche von Inhalten aus dem Internet. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit dem Lernmodul Dateiverwaltung in Windows 7.